Der Battle Pass von Season 1 erklärt, bleibt dafür dran. Season 1 naht und damit auch der neue Battle Pass. Wie ihr hier sehen könnt, ist das Ganze in mehrere Kapitel unterteilt, nämlich die Saisonreise. Hier gibt es einige saisonale Segnungen, die könnt ihr auch aktivieren und wenn ihr möchtet, für Geld das Premium-Paket freischalten. Bezahlt ihr kein Geld, dann gibt es nur jedes dritte oder zweite Item. Naja, mehr jedes dritte. Ihr seht, das Ganze ist hier über Free markiert. Um die anderen freizuschalten, müsst ihr Geld bezahlen, 20 Euro. Was sind das für Items? Das sind einzigartige Skins, die es eben nur jetzt erstmal hier in dieser Saisonreise gibt. Ob sich das Ganze lohnt? Ich bezweifle es ehrlicherweise. Für alle, die auf Cosmetics stehen, jedoch eine interessante Sache. Das Ganze schaltet ihr, wie gesagt, in der Season Journey in der Saisonreise frei und da gibt es mehrere Sachen als Belohnungen. Unter anderem auch natürlich einiges an Aspekten und Co. Das hängt mittelbar mit dem Battle Pass zusammen. Der Battle Pass ist jedoch optional. Die Saisonreise ist unterteilt in sieben Unterkapitel. Für jedes müsst ihr eine gewisse Anzahl von Objectives erledigen, zum Beispiel einen Boss töten oder einen Dungeon machen. Ich bin sehr gespannt auf die Season und wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Folgt mir gerne für weitere Diablo 4 Guides.